Das ist Dirk, ein alleinerziehender Vater. Neben seinem stressigen Job möchte er gerne so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern verbringen. Zum Glück ist Dirk auf die Lösung Familie und Beruf.online gestoßen, die es als Webseite, Software und App gibt. Sie erspart ihm viel Arbeit und Zeit. Hier findet Dirk alles Relevante, zum Beispiel zu Themen wie Vorteile für Arbeitnehmer, finanziellen Hilfen und sogar Wichtiges für Notsituationen. Besonders gut findet Dirk, dass er neben den vielen Informationen auch Videos zum besseren Verständnis, weiterführende Links, Downloads, Checklisten und Formulare schnell zur Hand hat. Mit Hilfe des Chatbots und der intelligenten Suche findet er sehr schnell auch relevante Adressen, Kontaktdaten und Ansprechpartner. Die Karte mit Markierungen hilft ihm dann, gezielt und schnell eine Adresse in seiner Nähe zu finden. Da Dirk an einer starken Sehschwäche leidet, gefällt es ihm besonders gut, dass die Lösung barrierefrei gestaltet ist und das Thema Inklusion behandelt wird. Seiner Kollegin Ivana empfiehlt er die Lösung, da sie auch in ihrer Muttersprache verfügbar ist. Die Karte und Schöpfe